äh, 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 wieso beginne ich diese Aufnahme schon so schnell und ich bin gar nicht vorbereitet, ich hab gar nichts gemacht, ich hab einfach mit so einem Knopf gedrückt, Leute, willkommen, herzlich willkommen, ja, gut, ich, äh, Legendary Edition, es war eine äußerst chaotische, äh, Begrüßung, äh, ja, hat sie, ist gut, ne? Die hat mir damals, also immer, ähm, saßen wir familienfest und dann Kevin, also, muss das Schwert schwingen, die Bewegung muss aus dem ganzen Arm kommen und so, es war halt immer, das ist, äh, das hat man, man hat das dann auch immer geübt, wir haben dann halt, äh, irgendwie so einen, ähm, ungeliebten Familienmitgliedern irgendwie so Also, der Stiefmutter oder so hat man halt immer, ähm, geübt und, ähm, so ist das halt zustande gekommen, dass man, ähm, mit der Zeit, äh, ein ganz guter Kämpfer wurde, halt, das ist, äh, äh, also, ich verstehe auch gar nicht, was da jetzt so komisch dran ist, es wird ja in jeder Familie, wird das ja so gemacht, ähm, Und jetzt wirst du geschlagen, wer das Schwert ist, also, das Schild, meine ich, ja, ja Aua! Nein, ich will den haben, äh, noch nicht Ich schlag gleich nochmal richtig zu Ja, diese Brücken gibt es halt 1 zu 1 in Skyrim Ich dachte, ich könnte hier die Kürbis drauf holen, oh, was haben wir dann, ein Wien Ah, ja Ich finde, dass wir nach der Mission könnten wir die, ähm, Die Alles klar, Digga Ähm, könnten wir die, äh, Bücher lesen Ne, das ist dann wieder Das ist dann vielleicht mal so eine komplette Folge, die ich halt nur mit Lesen, ähm, verbringe und nicht so gemischt Das könnte ich mir mal vorstellen, vielleicht Das ist dann wieder Kohle Kohle ist, ähm, kann man Essen Stirbt man auch nicht dran Äh, äh, also, ne, bei, nicht so viel, aber, ähm, es ist nicht so lecker, glaube ich, und, äh, es gibt, glaube ich, auch gesundheitsförderndere Sachen So, jetzt habe ich hier, äh, äh, oh Oh, eine Eisbranche, ach, gucke mal Wer sucht, der sie findet Jetzt ist die Frage, wieso würde ich mich mal gerne interessieren, wenn ich jetzt hier, ähm, blauresse, ne Aha, ich bin nicht im Kampf, ja, weil ich direkt angriffen, ja, das ist jetzt aber auch verständlich Ähm, ähm Ich habe mich halt nämlich gerade gefragt, ob das halt als Kampf zählt Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht Ich glaube, sie hat mich trotzdem Ja, äh Und es wird halt keiner mit dem Bogen aus der Entfernung dann noch schießen Das ist halt total sinnlos Ich finde es halt lustig, wenn dann irgendwie so special Angriffe wären, wie Äh, man könnte denen irgendwie, keine Ahnung, was halt logisch wäre, man könnte denen das, ähm Die, 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 die Sehne kaputreißen vom Bogen oder so Während die halt genau schlagen, das wäre halt ziemlich realistisch und müsste man halt Ne Wenn man direkt so nah steht Äh, ja, ich gehe in das Haus rein, ihr erwartet das natürlich gut Äh, das sind aktuelle Themen, über die man reden könnte, wenn man so etwas Äh, muss ich gerade für einen Freund nachgucken, ähm Ich finde den Flex an dieser Stelle Äh Äh Ähm 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 Ich tue Trends gehend immer Ähm 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 Äh, äh Da wir Jesper ja eh nicht warten lassen wollen, äh Äh An dieser Stelle, äh, die umkehr so ich habe lebe mann gehäuse wie geht es hier hat da es hatte nämlich erst den anschein als würde es da ins nichts gehen deswegen bin ich da ist es nicht langgegangen die gerdling schirmlingen was schön hier okay wo er nur wohin fliegen wird so viel alt wirklich immer finde ich dass ich hier sehr gut gemacht wirklich dass da so viel links rechts nebenbei ist was man halt wirklich findet aber das haben sie schon echt gut gemacht dass er so viele kleine details sind und sachen dass man da wirklich dass man wirklich erkunden will dass man sich ja quasi schlecht fühlt würde man nicht erkunden weil man dann merkt ich sehe nicht so viel von dem spiel ich habe runde gesehen und gehört wir müssen hier in diesem kleinen wald stück sein also jetzt mal macht halt schon mehr schaden als ich ne muss man jetzt halt gerade mal zugeben diese hat er jetzt nicht wirklich Schirrweiter noch, was Gelett ist. AKF, Seichhoseverbrecher. Achso, nee, warte. Ey, 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 ey. Noch mehr geht aber schon. Äh. Oh. Bist du der Einzige? Das Klang geht. Bist du denn auch irgendein Tier? Das machst du doch nicht, diese Rösch, oder? Nee, niemals. Hat er die gemacht. Hm. So, wenn ich hier reingehe, folgt er mir bestimmt wieder nicht, ne? Wette ich jetzt einfach mal. 100 Prozent. Ah, okay. Alter. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, was? Was? Das war, ähm, nicht wenig Schaden, sagen wir es mal so. Die da, äh, gemacht haben. Jetzt ist die Frage immer, haben die das gehört? Ich meine, jetzt weiß ich ja, dass die da sind. Eine Sache wüsste ich gerade mal gerne. Kann ich Sachen vergiften? Wenn ich jetzt zum Beispiel Gift habe. Dann trinke ich das nicht, sondern dann ist die Waffe vergiftet, oder? Ja, genau. So. Und da kann man das ja nämlich mal nutzen. Das hat sie endlich gehört haben. Er widersteht den Gift einfach. So. Oh, 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 ah. Das ist aber die dicke Waffe, die der da hat. Deswegen macht er vielleicht so viel Schaden. Oh mein Gott, das Schlag war gar nicht kritisch. Der war nicht tödlich. Äh, äh. Also das Claymore macht mehr als normales. Interessant. Weiß die Musik gerade dramatisch. Alter. Ja, das sieht mir hier aus wie irgendwelche tosen Beschwörungen. Das ist dann nicht so schlimm, wenn ich das da mitnehme. Man fragt sich halt nur, warum ist hier das Geld? Warum ist diese Musik so laut? Scheiße, scheiße. Oh, scheiße. Ähm. 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 Oh. Okay. Okay, die muss die Kamera langsam wieder undramatischer werden. Na toll. Ihr macht die Tür wieder zu. Da haben wir noch Zeit zu trinken. Oh nein. Ich hatte die Flasche halt einfach noch offen. Scheiße. Ähm. Ja, sorry. Ähm. Ich werde sterben. Ich werde sowas von ab und tief sterben, wenn ich jetzt keinen Genesungstrang trinkere. Ihr seid auch schon vor acht aufgestiegen. Ihr habt fünf Lernpunkte, ihr habt drei Handwerkspunkte und ein Erinnerungspunkt. Ich will Lebensenergie. Was zwei Vorteile hat, das ist, äh, nämlich auch, äh, volle Generation. Das finde ich immer sehr praktisch. Oh. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Der Sack ist leer. Okay. Genesungstrang. Ich wüsste mein Geile gerne irgendwie... Fuck. Äh, wie schlimm mein Arcanistenfieber ist. Kann man das irgendwo nachgucken? Gucken wir das hoch. Nein, bei CSR Outlaufen. Das hätte schlimmer enden können. Oh, Leute. Was ist das denn? Sorry. Ähm. Oh. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die machen ganz gute Schaden. Puh. Mensch. Mensch. Das, ja. Nicht ganz ohne, ja. Ich wollte nur sicher gehen. Ja, ich sollte lieber hier geduckt gehen, auch wenn das mit dem Schleichen ja noch nicht so gut klappt. Oh mein Gott, wer bist du denn? Okay, okay, cool. Ich glaube, du bist gar nicht so stark. Alter, ich dachte, das wäre jetzt... Ich kenne das halt. Das ist ja ein Trauergruppe vom Design. Und ich kenne da halt diese Dinger aus dem echten Skyrim. Und da denkst du dir manchmal so... Puh, das willst du lieber nicht. Puh. Eieieiei. Aber es ist ein starker Zauber gewesen, den ich glaube ich dabei hatte gerade. Scheiße. Geister schwarz. Wir rufen. Guck mal. Hört sich doch an. Oh. Oh. Und da geht's dann raus? Ah. Oh, okay. Sehr interessant. Das ist eine interessante Höhle, finde ich. Die sieht so komplett anders mal aus. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich habe das Gefühl, ich habe da tatsächlich im Traum drüber nachgedacht. Wie kommst du denn hier? Ja, dafür wird tot. Hallo. Hallo, 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 hallo. Ich glaube, ich habe nämlich tatsächlich im Traum darüber nachgedacht. Ich habe irgendwie mir gedacht, dass die Dungeons in Skyrim alle gut aussehen, aber sich halt oft wiederholen. Entweder im Traum oder ich habe halt wirklich darüber mal geredet. Aber kann es sein, dass die Angriffs Breite, aber ich habe halt versucht, die Schläge irgendwie auszuweichen, dass die von dem alten einfach weiter ist. Also, dass ich eine geringere Entfernung haben muss, bis der Gegner getroffen wird. Gesellenhandbuch Taschendiebstahl. Oh, warte mal, das kann ich aber direkt lesen. Also, es ist ja ein Verbrauchsgegenstand dann, ne? Aber es ist ja Taschendiebstahl, Geselle. Genau, dieses Lärmbuch enthält für euch sehr fortgeschrittenes Wissen. Ihr könnt es denn noch verwenden, eher. Darauf wäre es sinnvoll, stets leeren Bücher zu lernen, die eurem Können in der jeweiligen Fähigkeit besprechen. Ja, aber, ja! Ich lerne ja trotzdem Taschendiebstahl dadurch. Es ändert ja nichts. Ich glaube, jetzt ist es aber bei der Dungeon zu Ende, oder? Das ist ein echt gruseliger Dungeon gewesen, muss man sagen, fand ich jetzt mal. Das war echt so die, die Höhle des Grauens irgendwie. Oh. Puh, da bin ich auch sicher wie Jesper. Jesper, Jesper, Jesper. Mhm. So. Ja, klar, wäre es schöner gewesen, wenn man das jetzt so gehabt hätte, dass Jesper auch in die Höhle mit reingehen und so, aber... Ja. Weil, ich finde es, ähm, das Problem ist halt, äh, mit diesem Konzept, ich selbst habe da nicht mein Problem mit, aber es ist halt schon so, dass, ähm, es eigentlich nicht dem Zeitengeist von Rollenspielen entspricht, weil ein Rollenspiel, äh, lebt ja davon, dass du, ähm, Sachen selbst erkunden möchtest. So. Vor allem Open World Rollenspiele. und, ähm, wenn ein, ähm, begleiter, einen nur begleitet, während man auf dem Hauptweg ist, heißt das so viel wie, ähm, man wird bestraft, wenn man vom Weg von A direkt nach B, ähm, abkommt. das entspricht halt nicht so ganz in meinem, ja, Verständnis von Rollenspielen und ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ähm, noch was Gehmer. Das ist aber nichts weiter schlimm, ist alles hier. Mentalismus ist ziemlich in meinen, gut, haben wir aber viel zu lesen nach der, ähm, also wenn wir in der Stadt angekommen sind, die Mission dann gemacht haben. Neues Schloss geknackt, dringendes Feingefühl. Sehr interessant. So, jetzt nochmal, ich will den direkten Weg mal gerade wieder wissen, ähm, dazu muss ich nach, tatsächlich echt nach rechts und dann hier, das habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Oh, Krabben haben wir. Der ist tot. Okay. Und ist das die Stadt da hinten? Ich hätte jetzt gedacht, das sieht irgendwie größer aus. Von weit entfernt, und wer bist du denn? Hallo, 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 ich liebe Leute auf Straßen zu treffen. Normaler Skyrim ist das schon immer interessant. Und hier, der Reisner. Habt ihr vielleicht etwas zum Tauschen da? Zum Tauschen? Na klar, kann schon sein. Zeigt mal her, was ihr habt. Oder sagt, was ihr braucht. Ja. Das ist ja praktisch, da kann man hier mal gerade so ein paar Sachen loswerden und Gewicht verlieren ein bisschen. Der hat jetzt nicht so viel Geld, aber das macht ja nichts eigentlich. natürlich. Hier sind ein paar Ausdauertränke, dann kann ich mal gucken, was hat der? Genesungstränke, natürlich, das geht halt immer. Ambrosia kaufe ich. Ambrosia kaufe ich. Da bin ich halt einfach, nee, das sage ich, kaufe ich. So, Mana Regeneration festigen, Ausdauer nochmal, äh, Regenertiert mal, Feuergifte kann ich verkaufen, äh, Gifte selbst verwende ich halt eigentlich auch so gut wie nie, weil jetzt vorhin, ne, hatte ich das jetzt einmal gemacht, aber sonst nicht. Diesen Krankheitsteitrank behalte ich mal lieber. Lebensgeneration festigen, das lasse ich alles mal lieber. Mana Magie wieder stehen, verkaufen, Mana Flussdrank, ähm, mach ich mal weg. Schock und Spitzfinger, das sind eigentliche Sachen, die ich doch nicht so wirklich benutze. Ich hab jetzt ein bisschen darüber nachgedacht, aber nee, im Endeffekt. Dies ist halt nicht so. So, ähm, achso, oh, oh. Vielleicht hat der ja dann, der hat denn noch, hat der noch ein Ambrosia, das ist ja wunderbar. Ist ja unfassbar. Erzählungen des Wanderers, Expertenhandbücher, Alda, die haben Alda, Alda haben die, Alda. Haha, das ist natürlich nicht wenig. Äh, aber das ist halt so eine Quelle, kann man halt gut Geld verschwenden, ne, dran. Irgendwas gehört, was für ein Abenteuer interessant sein könnte. Lass mich mal überlegen, ich hab kürzlich in der Taverne mal so einen Kerl von irgendwelchen magischen Brunnenreden gehört. Angeblich erfüllen sie einen Wunsch, wenn man ihnen hilft, oder so in der Art. Kann natürlich auch ein Fall von zu viel Friedenskraut gewesen sein. Aha. Ihr seid doch sicher vier rumgekommen. Habt ihr irgendetwas gehört, was für ein Abenteuer nützlich sein könnte? Puh, das kommt ganz drauf an, was ihr als interessant empfindet. Ich war vor einer Weile mal in Dünenheim und hab dort einen arasialischen Söldner getroffen. So einen von der Sorte Weltenbummler, ihr wisst schon. Jedenfalls haben ihn ein paar besoffene Matrosen dumm angemacht und es auf den Kampf angelegt. Ich sag's euch, das war ein Spektakel. Der Arasialer trug zwar Platte, aber hat mit zwei Säbeln gekämpft. Es hat keine 30 Sekunden gedauert, da waren die Pappnasen am Boden. Interessant, interessant. Schreitet wohl. Ich fand, ich finde die Synchronstimme von dem so gerade mal mega gut. Ich sage, dass das einfach nur ein Reisender ist. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass die das Potenzial dieser Stimme auch erkannt haben. Hoffe ich einfach. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Für die Leute von Shuai. Weil die Stimme ist mega gut gewesen. Mega gut. Da hoffe ich einfach, dass da ein normaler oder wichtiger Charakter die vielleicht auch hat. Alter, das war eine richtig, 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 richtig gute Stimme. Und noch ein Buch. Schlechter von Ark. Mit Ruhe. Mit allerlei Gedeih, Gefiedel und Gelei. Ach, es ist schon schön. so die Welt und alles hier. Das ganze erleben. Und das ist ein wahres Meisterwerk. Einfach dieses Spiel. Und diese Mod. Es lohnt sich halt. Wirklich muss ich jetzt mal so gerade das Fazit machen. sehr, 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 sehr. Und die Stadt sieht jetzt doch größer aus, als ich am Anfang dachte. Und ich würde sagen, wir machen auch hier einen Cut. Bis dahin. Und tschüss. das ist ja toll. Und ich fetch, ich gehe, denen ist ja auch hier eine ある.